Musik Emotion Pur, die größte Seat, Opel und Honda Autoshow im Raum Köln-Bonn. Autohaus Langer, direkt an der A3 in Loma. Hinsehen hilft. Mit dem Augenart Kunstprojekt 2013 haben die Unternehmen Local Branding aus Hennef und Stenzel, die Optik aus Siegburg-Halldown, auf das Thema Sehen aufmerksam gemacht. Entstanden ist eine Spendenaktion, deren Erlös dem Seniorenzentrum Siegburg und dem Verein Häuser für Waisenkinder zugute kommt. Dabei konnte jeder Fotos von Augen an Augenart schicken, die nun Teil eines großen Mosaiks sind. Am Dienstag, den 3. Juni 2014, wurde dieses Mosaik in der Tourist Information Siegburg vorgestellt. Die Beweggründe für das Projekt Augenart erläutert Ursula Stenzel. Die Leute kamen zu uns ins Geschäft nach Siegburg-Halldown und erzählten uns, dass ihre Brillen kaputt sind. Wir mussten diese Brillen reparieren, oft ging es gar nicht mehr. Sie kamen dann aus dem Seniorenzentrum hier in Siegburg. Ja, und dann haben wir uns überlegt, wie können wir denn eigentlich den Leuten wirklich helfen? Wie können wir hingehen und sagen, wir machen dir eine Brille, wo du mit sehen kannst, wo du kein Geld für zahlen musst und kannst am Leben noch aktiv teilnehmen. Das sind die letzten schönen Monate, die letzten Jahre vielleicht, wenn wir Glück haben. Ja, und dann haben wir lange überlegt, wie können wir das am besten hinbekommen. Und dann kam Frau Jiroma, die Werbeagentur, auf uns zu und sagte, sie würden gerne für Kenia etwas machen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen gerne mit. Und Frau Jiroma hat das Ganze dann mit ihren Mitarbeitern gecoacht. Ja, und wir haben dann tatsächlich mit viel Freude, ich muss auch mich bei meinen Mitarbeitern bedanken, die das gemacht haben, das hinbekommen, dass wir tatsächlich Gelder zusammen bekamen, um diesen Leuten Brillen zu machen, die, ja, mit denen sie gut sehen können und die sie kostenlos von uns erhalten haben. Ein weiteres Mosaik wird es auch für Hennef geben. Allerdings sollen diese beiden Mosaiks nicht das Ende der Aktion sein. Weiterhin werden fleißig Augenbilder gesammelt, um Gutes zu tun.